Ich bin JP Love und ihr schaut Joke TV und der Nächste, der euch ein Witz erzählt, ist... Mein Name und Herren, wir sind live auf Joke TV und ich hätte einen lustigen Witz und zwar eine Blondine geht ins Theater, wir gehen eine Bauchredner hören und der Bauchredner macht immer Blondinen wie das eine nach dem anderen. Irgendwann legt es der Blondine und sie flippt aus, steht auf und sagt, es ist verdammte Schweinerei, immer werden wir Blondinen runtergemacht, immer Witze über uns, wir kriegen keine Jobs mehr, alle lachen über uns und da will der Bauchredner aufstehen und sich entschuldigen und sagt, sie halten die Schnur, ich rede mit dem Typ auf ihrem Knie. Merci. Und ihr Name? Roland Herrmann. Das war live hier Joke TV. Vielen Dank.